Joomla So, herzlich willkommen zum Vortrag 30 Möglichkeiten sich einzubringen in Joomla und bei Joomla. Kurz Vorstellung, ich bin seit 2005 im Joomla-Universum unterwegs. Vielleicht kennt ihr das Projekt Joomla-Nafu.de. Ich habe damals für die 3.0 die Bärsprachigkeit programmiert, habe für die 3.6 erweiterte ACL im Menü programmiert. Nebenher bin ich freiberuflicher Programmierer mit Emicu Daily, das ist auf einer Joomla-basierenden Business Improvement Plattform. Und wenn ich noch irgendwann mal Zeit finde, bin ich auch bei Wicked Software als eigenständiger Programmierer unterwegs. Habt ihr schon irgendwelche Fragen? Weil, wenn ihr Fragen habt, würde ich vorschlagen, dass ihr immer direkt fragt, weil die Präsentation ist in verschiedene Bereiche kategorisiert. Anregungen, Ideen, kann man sicher drüber reden. Das Thema heute ist, habe ich direkt aus der Rede von John F. Kennedy genommen, das hat er tatsächlich so gesagt. So my fellow Joomlas, ask not what Joomla can do for you, ask what you can do for Joomla. Das heißt, die Idee ist, nicht Joomla als gegeben zu nehmen und sagen, mach was für mich, sondern tatsächlich selbst beizutragen, Joomla besser zu machen, Joomla bekannter zu machen, Joomla wichtiger zu machen. Und der erste Schritt, das noch gar nicht mal was mit Teilhaben oder was Verbessern zu tun hat, ist, dass man sich erstmal vernetzen muss. Also man kann natürlich nicht allein im Keller irgendwo sitzen und sagen, okay, ich mache jetzt Joomla fertig, sondern wichtig ist, man braucht verschiedene Kontakte, man muss wissen, wer ist Ansprechpartner, wo finde ich Leute, wenn ich irgendein Problem habe, wen kann ich ansprechen. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit habt ihr ja schon alle erfüllt, besucht Joomla Events. Joomla Days sind sehr praktisch, um Leute kennenzulernen. World-Konferenzen, es gibt massenhaft Events. Ihr könnt in Forum, sind sehr aktiv, es gibt ja ein, jetzt nicht mehr ganz so neu, aber das neueste Forum von Joomla.de, was sehr aktiv ist. Es gibt natürlich ein offizielles Forum bei Joomla.org. Es gibt eine deutsche Joomla-Gruppe bei Facebook, die findet ihr unter diesem Link. Und was ich als neues Kontaktmedium durchgesetzt habe, ist Clip. Da ist David der Ansprechpartner, da braucht man eine Einleitung, aber David gibt es ja freizügig raus, habe ich gehört. Und einfach E-Mail an ihn, wird sofort eingeladen. Das sind ganz viele Joomla-interessierte Leute, so eine Art Chat-System. Ich sage mal IAC in modern. Und das wäre die Möglichkeit, um mal so, hauptsächlich als Basis, wenn ich helfen will, wie komme ich in Kontakt mit Leuten. So, natürlich helfen. Es gibt jetzt viele Möglichkeiten zu helfen, aber die Basis ist natürlich immer noch, von dem eigentlich Joomla, die Community profitiert. Man hilft sich gegenseitig im Support-Forum, in Chats, auf Facebook, auf dieser deutschen Facebook-Gruppe, wird sehr stark supported. Das ist sozusagen das Elementare, was sich eigentlich die Community in Joomla ausmacht, dass sich jeder jedem hilft. Also der erste Schritt wäre, man meldet sich in einem Forum an, man meldet sich in einem Chat an und schaut, ist denn hier jemand hilfsbedürftig, wo ich selber Wissen habe, was ich weitergeben kann. Was ich auch sehr gern angenommen wurde, habe ich die Erfahrung gemacht, ist Abendkurse. Ich sage mal böse VHS als Beispiel. Das wird sehr dankbar angenommen, wo Leute sagen, ich habe irgendwie einen Verein, ich will irgendwas lernen und ich weiß aber nicht wo, wenn man solche Kurse anbietet, wenn man das Wissen hat, ist es eine sehr gute Möglichkeit, um Wissen weiterzugeben. Und was ich vor kurzem erfahren habe, das heißt Coda Dojo, das gab es in und bei Nürnberg, da wurde für Kinder ein Event veranstaltet, wo Kinder sozusagen an Joomla herangeführt werden. Das ist aber meine erste Homepage mit Joomla. Und das kam sehr gut an und die Kinder haben sich echt gefreut. Und wenn man solche Events veranstaltet, anmacht, ansetzt, dann ist das sozusagen die nächste Generation, hat man schon mal angefixt. Das nächste, was bei Joomla die letzten Jahre sehr stark vernachlässigt wurde, aber jetzt mittlerweile wieder entkommen ist, ist das Marketing. Das heißt, Joomla hatte teilweise einen sehr schlechten Ruf, so, ja, die Vereinswebseiten sind das, wo das machen, das sind so kleine Vereine, die machen halt Joomla, aber nicht im professionellen Umfeld. Und glücklich war es, hat sich jetzt seit, vielleicht seit so eineinhalb Jahren, zwei Jahren, hat sich ein bisschen die Denke geändert. Open Source Matters, diese Hauptvereinigung, die Joomla, das ist der Dachverein von Joomla, hat sich ein Marketing-Team gegründet. Und mittlerweile ist die Idee, man soll positiv für Joomla berichten. Das heißt, gute Idee ist, wenn man rausgeht, Leuten von Joomla erzählt. Brian Thiemann hat dazu leider einen englischen Blogbeitrag geschrieben, mit zehn Schritten, wie man Joomla gut präsentieren kann. Was sind die Ideen von Joomla? Wie komme ich zu Leuten hin? Wie mache ich den Joomla schmackhaft? Und lohnt sich mal durchzulesen. Und als drittes, es gibt eine Joomla-Marketing-Gruppe, die ich erwähnt habe, da ist die Elisa. Wink doch mal bitte Elisa. Sie ist deutschsprachig. Die suchen immer Leute, die da, genau, ihr seid international, klar, aber ihr sucht trotzdem Leute, oder? Ja, du bist deutschsprachig. Weil es vielleicht manchmal denkt, kann kein Englisch, also kann man auch mit Deutsch mit ihr reden, oder auch Englisch. Und gerne mal ansprechen, was für Möglichkeiten es da gibt, sich zu beteiligen in Joomla, die suchen händeringend Leute. Das so als Grundvoraussetzung, was kann ich denn überhaupt generell, so als Basis machen. Und jetzt die nächsten Schritte sind, wo ich jetzt ein paar Vorschläge machen würde, was gibt es zu verschiedenen Bereichen. Zum einen Dokumentation. Jeder, der mit Joomla schon gearbeitet hat, irgendein Wissen über Joomla. Es gibt diese offizielle Dokumentation, docs.joomla.org, wo versucht man das ganze Wissen irgendwie zu sammeln. Das heißt, wer Wissen hat, wer gerne schreibt, gerne auf diese Plattform gehen, sich anmelden und mitarbeiten. Dazu gibt es dann auch gleich im nächsten, nach diesem Vortrag, im Raum mitweil eine Session von Mike. Da wird euch dann mehr dazu erzählt. Was natürlich auch interessant ist, Joomla gibt es natürlich nicht nur in Englisch, sondern in vielen Sprachen. Dazu gibt es dann mittlerweile in Joomla ein Translation Working Group, die von diesem Grafier Gomez unterstützt oder geleitet wird. In Deutschland ist es die jgerman.de. Die suchen auch immer Übersetzungen, wenn ihr in der Übersetzung Fehler findet. Könnt ihr da gerne teilhaben. Da gibt es ein Upload-Formular, wo man Fehler melden kann. Da kann man sich direkt an diese Leute wenden. Oder die Dokumentation selber von docs.joomla.org wird mittlerweile nach und nach ins Deutsch übersetzt. Wieder gleicher Vortrag von Mike. Nächstes Ding, da wird dann euch mehr dazu erzählt. Genau. Also, es ist direkt im Werkstatt dabei. Noch besser. Natürlich, das Hauptding, um Joomla selbst besser zu machen, ist Fehler zu finden, Fehler zu melden. Das gibt es diese neue, wieder relativ neue Plattform issues.joomla.org. Da kann man dann Bugs melden, kann vielleicht sogar Leute finden, die einem die Bugs reparieren. Oder man kann sogar selber Bugs fixen. Da ist der Viktor Vogel sogar Teamleader in diesem Team. Also, wenn man da Interesse hat, gerne, da müsst ihr irgendwo draußen beim Stand, glaube ich, neben der Tür stehen, mal ansprechen, was für Möglichkeiten es gibt. Auf issues.joomla.org selbst werden natürlich auch Tester gesucht, die diese gefundenen Bugs, die dann schon repariert wurden, getestet werden. Bei Joomla gibt es ja diese Regel, man braucht zwei Tester, damit eine Funktion repariert oder neu hinzukommt. Und Tester werden immer gern gesucht. Da gibt es dann auch noch diesen Patch-Tester, wo es sich echt mal lohnt, danach zu googeln oder einen Vortrag, den vorhin die Elisa und ich gehalten haben, nochmal anzuschauen, später auf YouTube. Da wird nochmal drauf eingegangen. Oder die nächste Möglichkeit, natürlich Joomla selbst zu verbessern. Das passiert auf GitHub mit Git oder SourceTree. Das ist sprich, neue Funktionalitäten zu programmieren, bei GitHub einzureichen und dann durch die vorherigen Schritte, durch Tester und durch Leute, die helfen, das in Joomla selbst zu verbessern. Eine nächste Möglichkeit, um Joomla indirekt zu verbessern, ist Extensions zu entwickeln. Das heißt, es gibt diese Extensions.joomla.org, da kann man seine eigenen Extensions entwickeln. kann entweder kostenlos sie bereitstellen oder kann sie verkaufen und die kann man dann auf extensions.joomla.org einreichen, damit es ein recht breites Publikum erreicht und genutzt wird. Weil die Grundaussage ist ja eigentlich, für Joomla kann man alles mitmachen und das lebt eigentlich durch diese Extensions. Wenn es keine Extensions gäbe, dann wäre ein sehr breites Feld wegfallen von Joomla. Und was ich auch eine sehr positive Erfahrung gemacht habe, ist, wenn Kunden zu mir kommen und irgendwelche Funktionalitäten haben wollen, die es aber nicht in Joomla selbst gibt, dass man dem Kunden vorschlägt, okay, du zahlst mir jetzt, dass ich das mache und wir schauen dann, dass wir jetzt vielleicht in Joomla Core reinbekommen, diese Funktionalität. Das hat zum einen den Vorteil für den Joomla Core, es gibt eine neue Funktionalität. Der zweite Vorteil auch für den Kunden selber ist, er muss keine Wartungsgebühr zahlen, weil dieser Joomla Code wird ja von der Community gewartet. Das begeistert eigentlich recht viele Kunden, die sagen, okay, ich zahle einmal eine Funktionalität, die kommt in den Core rein und wird dann für mich sozusagen von fremden Leuten kostenlos gewartet. Und es kommt natürlich ein bisschen auf die Funktionalität an, wenn es jetzt ein völliges Geschäftsmodell ist, wird es nicht passieren. Aber so kleine Funktionalitäten wie die Mehrsprachigkeit, die ich damals, ich glaube, das war auch ein Kundenprojekt, wo ich gesagt habe, hör ich mal, wäre es nicht sinnvoll, dass wir das für Joomla selbst programmieren, das einreichen und dann kann jeder davon profitieren und ihr müsst euch selber nicht mehr darum kümmern, ihr müsst bei Updates nicht irgendwelche Sachen mitschleipfen, wie dann jemand bezahlen, sondern das passiert automatisch. Eine nächste Möglichkeit, sich in Joomla zu beteiligen, ist zu sprechen. Es gibt sicher einen Joomla-Date 2017, kann man sich direkt wieder bei David melden, das sucht immer Sprecher. Also hast du schon die Liste dabei für nächstes Jahr, dann können wir es direkt im Anschluss machen. Es gibt natürlich noch andere Konferenzen wie Chain Beyond, das Joomla-Camp in Essen, was so eine Unkonferenz ist, was sicher interessant ist, so für spontane Sitzungen, Sessions. Und genau, ich habe nochmal die E-Mail-Adresse von David direkt anschreiben. Er antwortet sicher. Eine weitere Möglichkeit ist sogar, eigene Joomla-Veranstaltungen durchzuführen. Das fängt an, bei einer lokalen Joomla-Usergruppe zu gründen und mitzugestalten, vielleicht Themen vorzutragen, Vorträge zu halten, Leuten dort zu helfen, verschiedene, einfach teilzuhaben an der Community. Da gibt es schon einige in Deutschland. Wir haben vorhin festgestellt, es gibt noch ein paar weiße Flecken auf der Karte. Wenn da jemand herkommt, es gibt auf Joomla.de eine Karte, wo die ganzen Joomla-Gruppen eingeteilt sind. Schaut doch mal vielleicht, ob es in eurer Umgebung jemanden gibt. Und falls nicht, eine gründen. Da gibt es recht viele Anleitungen, wie das funktioniert. Wo ist die? Okay, und wie viel Uhr? Okay, genau. Um, was war Raum? Also Raum weiß nicht, aber die erste Session im Plan. Wird erklärt, wie die Joomla-Usergruppe gegründet wird. Also ich habe auch einen in Freiburg gegründet. Lohnt sich definitiv und macht unglaublich viel Spaß. Uns wird echt vielen Leuten geholfen. Also es ist mir überrascht, was es für einen Anklang findet. Nächste Möglichkeit ist Pizza Bugs and Fun. Das hat sich so die letzten, ich glaube, zweieinhalb Jahre so etabliert. Die Idee dahinter ist, man trifft sich, geht in diesen Issue-Tracker und versucht so viele Bugs zu fixen und Code-Vorschläge zu testen, wie möglich an einem Tag, um dazu gemeinsam zusammen zu sitzen, Pizza zu essen, gemeinsam was zu trinken, alkoholfrei natürlich, und ja, Spaß zu haben. Und das wird natürlich, es wird immer von lokal Joomla-Usergruppen meistens veranstaltet, aber ich glaube, da wird sich keiner davon, wenn einer sagt, okay, bei mir gibt es vielleicht keine Usergruppe, aber ich möchte sowas trotzdem bei mir machen. Ich habe fünf, sechs Leute. Schön ist, die Pizzen, alles werden gesponsert. Also kommen eigentlich keine Unkosten hinzu, nur man muss ein bisschen Zeit mitbringen. und der Anklang ist immer sehr positiv bei solchen Sachen. Eine weitere Möglichkeit ist, wenn man Betrieb ist, Leute gezielt auszubilden. Da gibt es IHK-Möglichkeiten, kann man mal anfragen, die sind sehr auskunftsfreudig, die sind immer froh, wenn sie solche Betriebe finden. Es ist natürlich schön, wenn man so irgendwie mit Schumler arbeitet im Betrieb selber und das Wissen dann, weitergibt und vielleicht auch Zertifikate oder irgendwas dadurch erreicht, seine Mitarbeiter. Das ist dann immer ein Aushängeschild für den Betrieb. Es gibt den Google Summer of Code. Die Idee ist folgendes, Studenten können sich für irgendwelche Themen bewerben, die vorgegeben werden, schulabbedingt und dann gibt es Mentoren, die dann diese Studenten unterstützen, ihr Thema umzusetzen. Da ist zum Beispiel, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die Berechtigungen, glaube ich, sind damals über das Google Summer of Code, teilweise die Ideen vom neuen Media Manager sind aus dem Google Summer of Code Projekt entstanden. Also ist es immer schön, junge Leute im Prinzip als Mentor zu unterstützen und die weiterzubringen. Aber unabhängig von diesem Google Summer of Code, Mentor selber zu sein, ist auch eine Idee. Es gibt echt viele Leute, die in Foren unterwegs sind, die irgendwelche Ideen haben, vielleicht nicht die Fähigkeiten haben, das dann umzusetzen und dass man nicht sagt, okay, was wäre das nicht ganz aus der Pech gehabt, sondern sagt, okay, komm, ich hilfe dir, ich schaue mal, wie kommen wir zusammen, ich zeige dir, wie das geht und damit Leute weiterhilft. Nächste Möglichkeit, das ist dann wahrscheinlich interessant für Firmen, ist Joomla Events zum Beispiel zu fördern. So ein Joomla Day kann natürlich nicht nur mit Luft und Liebe gemacht werden, man braucht natürlich ein bisschen Geld. Aber ich denke, es lohnt sich definitiv für Firmen, dass man sich da investiert, dass man sagen kann, ich bin Joomla Day Sponsor. Da kommt er hier, sieht er, wer alle Sponsor ist. Eine weitere Idee ist, dass man Programmierer gezielt bezahlt, sagt, ich brauche, ich will, dass Joomla weiterentwickelt wird, ich nehme einen Programmierer, dem zahle ich jede Woche einen Tag und der Programmierer nur für Joomla selbst, bringt dann neue Funktionalitäten rein, dass man, wenn man selber Joomla nutzt, ja, darin Geld investiert, weil davon profitiert man ja auch selbst, wenn Joomla weiterentwickelt wird. Und die letzte Möglichkeit befördern werden zum Beispiel Spenden. Es gibt sehr viele Extensions, die kostenlos sind, wo der User, oder der Programmierer dann halt 20.000 Support-E-Mails bekommt und fragen und antworten muss, aber nichts davon hat und die freuen sich immer so über eine kleine Spende, wenn man für irgendeine Erweiterung für ein Projekt einsetzt, wo man vielleicht Erfolg hat, wo man Geld mit verdient, dass man Anteil abgibt. Das motiviert diese Programmierer echt stark. Man kann natürlich auch selber mitwirken. Seit ein paar Jahren hat Joomla angefangen, also das Joomla.org Working Groups zu gründen für verschiedene Themen. Das fängt an, es gibt Finanzbereiche, es gibt Marketing, es gibt Dokumentationen, es gibt eine Seite, das ist dieses volunteer.joomla.org slash Teams, da gibt es irgendwie 40, 50 Gruppen, wo eigentlich für jeden was dabei ist, da kann man einfach mal reinschauen, wer ist da schon dabei. Es gibt in vielen Gruppen, falls Englisch irgendwie ein Problem ist, auch einen deutschsprachigen Ansprechpartner, der da irgendwie dabei ist, mit dem man mal in Kontakt treten kann. Wahrscheinlich sind die Meetings in Englisch, aber also ich glaube jetzt nicht, dass man da jetzt irgendwie groß, also ich sage mal, ich bin mit meinem Schulenglisch, komme ich da sehr gut durch. Und da ist eigentlich für jeden was dabei, wo man reinschauen kann, sagt, ich interessiere mich, was ich für Sponsoring-Pakete mache, dann gibt es in der Finanzgruppe einen Unterbereich, Sponsoring-Pakete, obwohl es jetzt nichts direkt mit der Programmierung zu tun hat von Joomla, ist halt trotzdem Teil von Joomla, was Joomla sehr stark fördert und weiterbringt. Und mal als Beispiel rausgenommen, es gibt ja das Joomla 4 und das Joomla X, wo noch ein bisschen undefiniert ist, was da kommt, das ist sozusagen eine neue Gruppe. Ich glaube, diese wäre jetzt sehr interessant, wenn man sich interessiert, was passiert da mit Joomla in der Zukunft, also nicht jetzt in der Zukunft, in der kurzfristigen, sondern in der sehr langfristigen Zukunft, dass mich da engagiert und sagt, ich will mitreden, ich will sogar vielleicht mitbestimmen, was passieren soll, wo soll Joomla hingehen, weil wenn ich mich jetzt nicht engagiere und es passiert irgendwas, gefällt mir nicht, dann ärgere ich mich wieder später. und ja, volunteers, okay, gut, hier, oder ist es? Nein, ich muss es nicht, ich muss es eigentlich rauskopiert haben, oder? Okay, genau, und das nächste, bewerten, es gibt dieses extensions.joomla.org und das hat glaube ich 4.000 Extensions und hier ist es immer recht schwer, wenn man viele Extensions hat, die keine Bewertung hat, also das heißt, wenn ihr eine Extensions einsetzt und nutzt und die vielleicht für gut befindet, ist es echt wichtig, die zu bewerten, damit die andere sehen, okay, diese taugt was, diese taugt vielleicht weniger. Wichtig ist natürlich auch, wenn eine Extensions 10.000 gute Bewertung hat, sie funktioniert bei euch nicht, liegt es wahrscheinlich nicht an der Extension, sondern vielleicht habt ihr einen Fehler bei der Einrichtung gemacht, deswegen also wichtig ist, dass diese Bewertungen nicht solche Frustbewertungen sind, sondern ehrliche Bewertungen, die dann fair gehalten werden. Und bei mir, was für mich als immer wichtig war mit meinen Extensions, ich habe zwar, wenn ich sie freigeben habe, kostenlos sehr viele Anfragen bekommen und kann man das reinbauen, kann man das reinbauen, aber nie wirklich, wenn was funktioniert hat oder wenn was nicht funktioniert hat, ein Feedback im Sinne von, hör mal, das geht hier nicht in dieser Einstellung, sondern es wurde dann weggeworfen. Und als Programmierer ist es sehr wichtig, dass die Leute einem sagen, hier funktioniert das nicht, unter diesen Bedingungen kannst du da mal schauen und vielleicht selber dann nicht mal weiter nutzen, aber dass der Programmierer eine Rückmeldung bekommt, was funktioniert, was funktioniert nicht. Da sind nämlich immer sehr, sehr froh drüber. Hat jemand mitgezählt? Wie viele waren das jetzt? Waren schon 30? Hat vielleicht sogar jemand noch Ideen? Gibt es sogar vielleicht jemand hier in der Joomla-Gruppe, der händeringend Leute sucht, Helfer sucht und da noch nicht hier erwähnt wurde? Will jemand helfen und hat noch nichts gefunden? Ja, das kann sein. Sprich, wenn ihr jetzt rausgeht, wisst ihr ja sofort, wir werden jetzt, wie viele sind wir jetzt hier? 60 neue Helfer haben. Ja. Scheinbar ja. Dann vielen Dank. Merci. Applaus Entschuldigung. anka. Vielen Dank.